Hallo meine Lieben! Ja, gerade war der Postbote da und es sind drei Sachen angekommen. Einmal ein etwas größeres Paket, eine ganz normale Warensendung und noch eine Warensendung. Und das wollte ich heute einfach mal mit euch auspacken. Es sind Sachen für die Kleinen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Also, ich kann nicht ganz zuordnen, von wem was ist oder beziehungsweise was wo drin ist. Ich glaube, dass das hier einfach meine Stoffe sind, einfach weil es so viel ist. Und hier weiß ich auch absolut nicht, was drin ist. Ach, das hier ist auf jeden Fall meine Wickeltasche. Okay, das ist natürlich schon sehr, sehr geil. Ähm, ja, ich würde sagen, wir packen das hier zuerst aus, weil ich mich da am meisten drauf freue. Also, wir haben uns nämlich eine Wickeltasche bestellt. Und diese Wickeltasche ist von Lessig. Das ist die Signature Bag. Äh, ja genau, die Signature Glam, genau. Ähm, ich weiß nicht, wem das irgendwie was sagt. Ich weiß nur, dass es die kleine Version von der Neckline Bag ist. Und die Neckline Bag ist ja die größere einfach davon. Da ist sie. Also, ja, ich bin echt super glücklich, dass ich sie so günstig erstanden habe. Ich würde sagen, wir holen sie einfach mal raus. Ich habe echt nicht gedacht, dass sie heute schon kommt. Weil, äh, ich weiß nicht. Ähm, die ist, glaube ich, erst seit gestern unterwegs. Und deswegen, das war echt jetzt super, super schnell. Ja, so sieht sie aus. Unsere neue Wickeltasche. Sie ist echt wunder, wunderschön. Sie ist schwarz, sieht aus wie neu. Das ist unglaublich. Und, äh, hat so, ja, so, so hellbraun. Hier ist alles Leder. Nur der Riemen ist nicht aus Leder. Aber sonst ist er alles aus Leder hier unten auch. Wunderschön. Und das Coole an dieser Tasche ist wirklich, dass es halt, wie gesagt, die, äh, Signature Bag Glam. Und die kann man einfach als ganz normale Handtasche benutzen. Weil die sieht halt echt nicht aus wie eine Wickeltasche oder so. Das finde ich halt an diesen voll toll. Und, ja, denn im Endeffekt, die Wickeltasche ist dann hier. Und zwar hat man hier in diesen Fächern, äh, hier in diesen Schlauken, so kleine Fächer. Da kann man so kleine Sachen machen. Wir machen jeweils vier Stück. Und dann haben wir hier in der Mitte noch ein großes Fach. Und da haben wir ebenfalls ganz, ganz viele kleine Fächer drin. Aber, wie gesagt, ich mache da ein Video zu. Ich habe 30 Euro bezahlt. Das finde ich voll in Ordnung. Der Neupreis von der Signature Bag ist, ich glaube, 70 Euro. Und ich finde, die sieht wirklich aus wie neu. Ich finde das wirklich unglaublich. Die sind, wie gesagt, von Lässig. Ich versuche sie euch mal in der Infobox zu verlinken, falls ihr auch Interesse habt. Ja, und dann geht es weiter. Ich würde sagen, fangen wir mit diesem Paket an. Wie gesagt, ich glaube, dass unsere Stoffe da drin sind. Ich weiß es aber nicht ganz genau. So, ich habe es aufgeschnitten. Und es sind wirklich meine Stoffe. Auch super krass. Auch das wurde gestern erst losgeschickt. Ich hätte echt nicht erwartet, dass... Warte mal, ich glaube, ich weiß, was hier drin ist. Egal, gucken wir mal. Also, das sind unsere Stoffe. Eine ganze Tüte voll. Ähm, ja, ein paar Sachen, die ich brauchte jetzt für, äh, zum Nähen jetzt. Weil ich bin im Moment voll im Nähfieber und auch wegen Eschwege nähe ich so viel und so. Ja, das erste ist ein ganz normaler Uni-Schwarzer Stoff. Also, Uni-Jersey. Der ist auch richtig, richtig schön, wenn ich den so sehe. Total schöner Stoff. Und auch super Qualität. Riecht gut. Ist sehr elastisch, das ist gut. Also, ganz normaler Schwarzer Uni-Jersey. Ich glaube, der ist 20 cm mal volle Breite. Einfach ein ganz kleiner Stoff. Daraus wollte ich auch nur ein kleines Teil nähen. Deswegen habe ich den. Dann haben wir ein ganz kleines Stück in Jeansblau. Auch so ein ganz, ganz mini Stück. Aber auch, äh, super, super schön. Kann ich auch irgendwas Kleines draus nähen. Eine Hose in jedem Fall. Oder ein Pullover. Auch sehr schön. Also, ziemlich lang ist der. Also, der geht nochmal so lang. Aber nur 20 cm. Aber, äh, das ist auf jeden Fall auch für irgendwas ausreichend. Irgendwas finde ich da auf jeden Fall, was ich daraus nähe. Habe auch super schön so ein, ähm, Jeans. Dann habe ich noch einen hellblau bestellt. So sieht es auch total schön. Da wollte ich ein Pullover draus nähen für den Benetton. Und ich wollte da so eine Applikation drauf machen. Ähm, mit seinem Namen drauf. Und, ja, deswegen gibt es aus diesem so wunderschönen hellen Stoff jetzt ein Pullover. Genau. Und dann habe ich noch so einen richtig coolen Wolkenstoff gekauft. Voll süß, oder? Daraus wollte ich was für die Melenäen. Und ich glaube auch, dass es noch für den Benetton reicht. Der ist auch relativ groß. So, und dann volle Breite. Die sind meistens 1,50. Also kann ich auf jeden Fall auch was daraus nähen. Ich glaube, der ist 30 oder 40 cm. Aber voll süß mit diesen Wolken. Auch, äh, super sauber noch. Da bin ich echt voll begeistert. Voll süß. Für alles habe ich übrigens 16 Euro bezahlt. Und dann haben wir noch so richtig coole, äh, was sind das? Nilpferde, genau. Auch in schwarz und weiß. Fand ich auch total süß für Benetton. Und allgemein einfach kann man da wohl voll was cooles draus machen. Auch so ein großer wie die Wolken. Finde ich auch richtig, richtig süß. Da nähe ich auf jeden Fall auch noch ein Pullover draus für den Benetton. Ich liebe so schwarz-weiße Sachen. Und das letzte ist ein dunkelblauer, ähm, Jersey. Also einfach ein Uni-Jersey. Den brauche ich für Benetons coolen Strampler von Stackhorn. Den ich schon genäht habe. Schauen wir mal, was hier drin ist. Ich glaube, da ist mein Bündchen drin. Ich habe nämlich noch Bündchen bestellt. Und ich weiß aber nie, was hier alles drin ist, ne? Auch, weil ihr seid auch geklebt. Hm. Mal schauen, mal schauen, was drin ist. Wenn das Bündchen drin ist, dann freue ich mich noch mehr, weil den kann ich heute zu Ende nähen. Das wäre natürlich richtig, richtig gut. So, ja. Und das ist mein Bündchen. Tada! Ein Meter schwarzes Bündchen. Ach, endlich! So, meine Lieben. Und das war's auch schon. Ich freue mich jetzt, das Video zu unserer Wickeltasche zu drehen, weil die Wickeltasche ist unglaublich schön. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal.